Ich habe letztens eine Headline gehört und den Text dazu, sollte Mathe in der Schule aufgelockert werden, weil Mathe ist rassistisch, weil es von weißen Leuten dominiert wird und weil weiße Leute es dominieren, sind Leute anderer Rassen benachteiligt und deswegen sollte unterschiedliche Lösungen auch in Ordnung sein. Unterschiedliche Lösungswege würde ich sagen, ja, fein, egal wie du auf die Lösung kommst, ist super, aber unterschiedliche Lösungen, eine so pure, eine so pure Wissenschaft wie Mathe auf einmal mit Politik und Rassismus zu berücksichtigen, da dachte ich mir, fuck, bitte nicht. Warte, wo hast du das gelesen? Das habe ich in irgendeiner Scan-Zeit. Schaust du ja? Nee, aber es war in Amerika. In Amerika wurde wirklich ernsthaft darüber diskutiert, es ist nicht eingeführt worden, aber es wurde ernsthaft darüber diskutiert.